Ja, was genau die beiden planen, das werden wir sehen. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob wir es überhaupt sehen wollen. Ibra bleibt beim Fußball, möchte man sagen, so wie Leroy Lita. Der war mal Premier League-Profi und jetzt zerlegt er die siebte Liga. Sein Klub heißt Heavens for Town. Der Gegner heißt Rushton & Diamonds und das hier ist das 3 zu 0 von Leroy Lita in der 82. Minute. Sein erstes Tor in diesem Spiel. Kurz danach geht es weiter. 84. Minute. Abschlag. Nach circa drei Minuten kommt der Ball wieder runter. Kopfballverlängerung und da ist wieder Lita. 4 zu 0. Zweites Tor und ihr ahnt, was jetzt kommt. Das ist die 86. Minute. Wieder lange Hafer. Lita kommt an den Ball, lässt einen stehen und zieht ab. Drittes Tor. Ein lupenreiner Hattrick innerhalb von vier Minuten. Siebte Liga ist eben manchmal schöner als Premier League.